Was geht Bros? Ich bin's wieder, euer BrolBro und willkommen zu einem neuen Video von mir. Oh mein Gott, Leute, ihr wisst ja noch das Video über MaxiKing und auch noch das zweite Video, was ich darüber gemacht habe, wo ich dann mit ihm geredet habe und ich mich mit ihm in einer Lobby zusammengesetzt habe und geredet habe und er hat mir ja erzählt, dass er die ganze Scheiße gebaut hat, weil er darauf nicht klarkam, dass jemand aus seiner Familie gestorben ist und er wusste nicht, wie er damit umgehen soll. Jemand ist aus meiner Familie gestorben. Ich war voll traurig und wusste nicht, was ich mache. Es tut mir sehr leid, Dennis. Was? Jemand ist aus seiner Familie gestorben und hat dann diese ganze Scheiße gebaut und hat sich auch dafür entschuldigt, aber Leute, ihr werdet nicht glauben, was passiert ist. Und zwar hat jemand von euch da draußen, MaxiKing, einfach gefragt, ob das stimmt und ich zeige euch später einfach gleich die Screenshots. Oh mein Gott, Leute, ihr werdet nicht darauf klarkommen. Wir werden zusammen überlegen müssen, was ich machen muss gegen MaxiKing, Alter, aber als erstes switch mir zu Brawl Stars und zwar seht ihr es schon, Leute. Ich habe Piper auf 847 Gesamt-Trophäen gepusht. Oh mein Gott, Digga. Das war es dann wieder komplett. Ich habe gerade aktuell 17.154 Trophäen. Da geht noch ordentlich mehr. Ich habe die letzten zwei Tage gar nicht gespielt, deswegen, Leute. Oh Mann, wir müssen auf jeden Fall, guck mal, die Season endet in fast 22 Stunden. Wir müssen heute Minimum 500 Trophäen noch pushen. Ach du Scheiße. Okay, also als erstes spielen wir kurz eine Solo-Showdown-Runde und danach zeige ich euch die Screenshots, die mir per E-Mail sogar zugeschickt wurden von demjenigen, der mit MaxiKing geschrieben hat. Und Alter, oh Mann, ich bin echt ausgerastet, kann man schon sagen, als ich das gelesen habe. Aber ich zeige euch gleich direkt die Screenshots nach der einen Showdown-Runde, deswegen let's go, Leute. Ab geht's. Okay. So. Komm, wir müssen einmal erster werden mit Dynamike. Das wäre doch nice. Das ist eigentlich die perfekte Map für ihn. Das ist einfach seine Map. Die müsste Dynamike heißen, die Map. Also wirklich, guckt es euch an. Oder einfach Werfer-Map. So müsste die heißen. Also Leute, ich bin jetzt wieder back. Ich war ja in Paderborn, meine Familie besuchen. Und, ja, Freunde. Komm, warte mal. Komm schon, komm schon. Ich hab mich auch mit Miguel getroffen, Freunde. Falls ihr mehr dazu sehen wollt, schaut euch meine Instagram-Story ab. Auf Instagram heiße ich dennisbro-official. Könnt ihr euch gerne anschauen. Zack, warte mal. Boom. Und, der trifft. Der trifft. Jawohl, hab ich. Okay. So, es leben noch sechs andere Brawler. Komm, Digga. Let's go. Zack. Ich check mal die Büsche hier ein bisschen ab. Ist da oben links einer? Ich denke mal schon, oder? Ich wusste es. Ich wusste es, Freunde. Da ist einfach... Oh, was geht ab? Oh, ein Shady drin. Und, die hab ich. Komm, warte. Jetzt den Rico. Jetzt, guck mal. Und, Bruder. Boom, Junge. Absolut Tops genommen hab ich ihn. Ja, moin. Komm. Das wird schon gut klappen, Leute. Wir haben acht Powercubes. Wir werden safe Erster werden. Also, wirklich safe. Guck mal. Oh. Oh, mein Gott. Wie knapp, Digga. Ihr habt's gesehen, wie knapp das war. Ich hatte sie so safe geholt, aber sie hat einfach so übertrieben. Direkt mit OIT, dies, das. Aber, okay, Leute. Fünfter Platz. Egal. War trotzdem eine krass Runde eigentlich. Aber, so, Leute. Jetzt zeige ich euch die Screenshots. Oh, mein Gott. Also, als erstes kommt in meinen Club rein. Brawl, Brawl, Y, T. Und zwar sind gerade 22 Plätze frei, Leute. Oh, mein Gott. Kommt jetzt rein. Und ich werde heute, ich zocke heute extrem viel. Deswegen, ich werde heute mit euch so viel Brawl Stars spielen. Mit jedem, der in meinem Club drin ist. Und zwar ist Maxi King gerade in Landi seinem Club drin. Hier seht ihr das, Freunde. Hier, wenn ich ein bisschen runter scrolle, hier seht ihr ihn. Maxi King, Alter. Und für die Aktion muss er auf jeden Fall gemeldet werden. Weil das geht nicht klar, dass er mich so straight ins Gesicht gelogen hat. Und so ehrenlos ist, dass er einfach seine Familie oder jemand einfach erfindet, dass jemand gestorben ist in seiner Familie. Und das so gesehen als Ausrede benutzt hat. Aber ich zeige euch jetzt die Screenshots. Geht auf jeden Fall auch, wenn ihr möchtet. Kurz in Landi seinen Club rein. Und spammt da ein bisschen rein, dass Maxi King ein Ehrenloser ist. Also Leute, das sind die Screenshots, die mir per E-Mail zugeschickt wurden von dem Jakob. Und zwar hasst er Maxi King über alles. Und er wollte, oder er hat es einfach nicht geglaubt. Und er war in Landi seinen Club drin. Und schreibt ihm dann, oder man sieht auch hier die Nachrichten, warum was los. Ich kann BroBro nicht leiden. Was ist eigentlich gerade los, checke ich gar nichts mehr. Und jetzt, Leute, passt auf, okay? Hier, also. Wolltest du, dass alle mich nicht hassen, deswegen habe ich gelogen. Sagt er schon von vornherein aus, weil schon im Club anscheinend diskutiert wurde. Oder alle ihn gefragt haben, ob wirklich jemand gestorben ist und so. Und er hat es dann einfach direkt gesagt. Und das sind reale Screenshots, Leute. Ich habe auch noch von anderen Leuten, nicht nur von Jakob. Ich zeige gerade nur die Screenshots von Jakob. Und zwar habe ich noch andere Screenshots von drei anderen Personen bekommen. Alter, wirklich. Gönnt es euch. Und jetzt fragt er es straight up. Hier. Jetzt fragt Jakob, da steht hier du, Maxi King. War das mit deiner Familie gelogen oder real? Wenn ja, dann mein Beileid. Und er schreibt dann direkt gelogen. Alter, Digga. Er hat mir so heftig ehrenlos ins Gesicht gelogen. Vor allem er hätte, das war seine Chance, Leute. Wisst ihr. Ich habe ja das Video gemacht, damit er sich so gesehen reinwischt. Er die Chance hat, alles wieder gut zu machen, indem er sich wie ein Mann entschuldigt. Das hat er sich auch getan. Aber er hat dann einfach gesagt, warum er das getan hat, lag einfach aus dem Grund, dass jemand aus seiner Familie gestorben ist. Und er deswegen nicht klarkam und wusste nicht, wie er damit umgehen soll. Wisst ihr? Guckt mal was. Wie ehrenlos kann man sein. Und seine, oder einfach Tod und Familie zusammen in eine Lüge reinbringen. Digga. Das ist schon too much einfach. Wirklich. Jede andere Lüge wäre besser gewesen als die da. Wirklich, Leute. Schreibt mal selbst in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ich finde, das geht gar nicht klar. Also wirklich. Und vor allem noch, dass er so einfach mir ins Gesicht so gesehen über den Chat gelogen hat. Finde ich, geht gar nicht klar. Das ist auf jeden Fall jetzt die Strafe dafür, Digga. Auf jeden Fall sollte das eine Lehre sein. Ich check's nicht. Erst kickt er 20 Leute fast aus meinem Club. Dann lügt er einfach, während er sich entschuldigt. Oder entschuldigen will. Aber guck mal. Das ist auch das Ding, Leute. Er hat sich ja nur entschuldigt, weil ich der YouTuber bin. Und weil er dann weiß, ich dreh das Video. Und er will sich natürlich reinwaschen. Damit ihn nicht Hype-Roysters hasst. Wisst ihr, Leute. Das ist der einzige Grund. Das ist. Ich wette mit euch. Ich würde 1000 Euro wetten. Dafür, dass er sich nicht dafür entschuldigt hat, weil es ihm wirklich leid tut. Sondern, also dass er wirklich meinen halben Club fast zerstört hat. Sondern einfach nur sich entschuldigt hat, damit er seinen Namen reinwaschen will. Oder damit er will, dass keiner ihn mehr beleidigt und hasst und so. Aber daran sieht man es, Leute. Er hat es einfach nur verdient. Er reitet sich immer weiter in die Scheiße. Und, Alter. Wirklich geht gar nicht klar, Freunde. Also, wenn ihr Maxi King seht, könnt ihr gerne ihn mal zur Rede stellen. Und mir weitere Screenshots schicken. Und, ja. Ich könnte auch gerne mit Maxi wieder, Digga. Ich möchte ihn einfach wieder zur Rede stellen dafür. Was es soll. Ich möchte einfach, guck mal. Ich kann mit dem Thema nicht abhaken. Es geht einfach nicht. Er reitet sich immer weiter in die Scheiße. So, wieder zu Bryce's, Freunde. Wir starten wieder mit dem Dynamikey, würde ich sagen. Wollen wir mal das Jumpen benutzen? Ah, eigentlich, oder? Wollen wir es machen, Leute? Kennt ihr das aus dem Funny Moments Video? Wo wir den einen gesehen haben, der das übertrieben krank konnte. Deswegen, wir machen das jetzt auch mal damit. Let's go, Freunde. Also, wenn ihr heute zusammen mit mir zocken wollt, dann kommt in meinen Club rein. Kein anderer YouTuber zockt so oft mit seinen Clubmates als ich. Also, wüsste ich jetzt nicht, wer das anderes noch macht. Aber, let's go. Falls es mich irre, könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, Leute. Und, ja, Mann. Also, wie gesagt, heute müssen krank viele Trophäen gepusht werden. Deswegen. Ich suche nur gute Spieler. Komm. Sauber. Den habe ich, den Frank. Komm. Komm ruhig, Bro. Komm ruhig. Traust du dich? Oh, mein Gott. Noch eine Primo, Digga. Ach, du Scheiß. Komm mal, ja. Guck mal, was ein Noob. Wie er sich dreht. Was machst du da? Gar keine Ehre einfach. Gar keine Ehre. Guck mal, wie er versucht, schnell die Richtung zu wechseln und mich zu kriegen. Was denkt der? Was denkt der? Komm. Das Ding ist, ich kann nicht abschätzen, wie er läuft. Er läuft eh wie ein absoluter No-Hand. Also, so schon, dass er gut läuft. Ist das hier unten einer? Ich weiß nicht mehr. Ich bin nicht mehr abgecheckt. Warte, die Kiste sneak ich mir mal ein Stück. Komm, 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 komm. Was? 44 Leben? Ja, moin. Ach, komm. Fünf Borg-Cubes. Das leben noch sieben andere Brawler. Alter. Let's go. Es wird spannend. Ich freu mich, Leute. Oh mein Gott. Da kommt er einfach. Und jetzt fliegt er nach... Oh! Was? Was? Wieso fliege ich so weit weg? Ich fliege einfach instant in den Nebel rein, Digga. Ja, moin. Wie unnötig. Ich dachte, er wird viel weiter wegfliegen als ich. Aber nein. Ich fliege einfach weg. Ja, moin. Alter. Komm. Machen wir nochmal. Guck mal. Hättest du die andere Star-Power benutzt, hätte ich ihn damit jetzt geholt. Das ist jetzt das Ding. Alter. Ich glaube, ich bin die neue lieber. Komm. Ich muss ein separates Video machen über das Springen. Wo ich dann mit jemandem, der sich auch genauso... Oder wo ich mich vielleicht mit dem genau... Mit dem Typen aus dem Video, der die ganzen Clips gemacht hat, zusammensetze. Und er mir das so gesehen beibringt. Das wäre doch mal ein heftiges Video, oder? Das wäre krass, Leute. Weil ihr habt ja gesehen, wie geisteskrank er gesprungen ist. In Brawl Ball und in allen Modis. Das war wirklich nicht normal. Digga. Er läuft auch ganz komisch. Komm her. Oh, Mann. Jetzt wird es schon von unten gepusht hier. Das ist doch gar nicht gut, was ich mache. Oh, mein Gott. Wie viele Brawler. Wie viele? Ich muss mir kurz Abstand machen zum Spike. Der Spike ist tot? Doch nicht. Digga. Alter. Guck mal die zwei Teamer an hier. Ich raste aus. Und... Oh, mein Gott. Ich muss hier weg. Aber direkt. Ich weiß nicht, ob deiner drin ist. Ich muss es erst abchecken. Digga. Bevor ich ihn gleich einfach weggeholt werde aus dem Bus. Ja, mein... Komm. Die spielen alle ganz ekelhaft. Gerade auf dieser Map. Wirklich. Übertrieben. Ich glaube, ich bleibe am Crow dran. Oder, Leute? Soll ich ihn weiterpushen? Warte. Hier ist auch einer drin bestimmt. Leute. Nein. Das war's. Das war's mit mir. Digga. Jetzt habe ich schon gar keinen Bock mehr auf deine, Mike. Wie ekelhaft die spielen. Nur weil ich so viele Trophäen habe. Alter. Fast die Mundheit ist auch natürlich verständlich. Showdown ist dann absolut ekelhaft. Stell dir mal vor, ich würde jetzt in die Runde mit Piper reingehen. Mit 847 Trophäen. Wir können mal kurz gucken, welche Platz wir auf der besten Liste sind mit ihr. Gönnt euch mal, Leute. Zu krass. Ich war noch höher. Ich hatte sie kurz vor 900 einfach. Guck mal, da war ich so in den Top 10. Mit den ganzen... Einfach in der Top 10 Deutschland drin. Mit Piper. Zu krass. Jetzt bin ich gerade Platz 12. Aber schmeckt auch, Freunde. So, warte. Sollen wir weiter bei Dynamite bleiben? Ich weiß es nicht, Leute. Aber wir können auch Leon nehmen. Mit der neuen Starport. Hat sich auch Bock. Die map ballert eigentlich auch. Deswegen, let's go. Wir machen es auch so, Leute. Jeder von euch, der mal in einem YouTube-Video dabei sein wollte. Ich habe eh in den nächsten zwei Tagen coole Sachen geplant, wo ich mehrere Leute brauche. Deswegen auf jeden Fall. An jeden, der neu in meinen Club reinkommt. Und auch an die ganzen Leute aus meinem Club. Ihr habt alle die Chance, in einem Video dabei zu sein. Komm. Oh mein Gott. Also wirklich. Shelly sind so die absoluten No Hands meistens. Also wirklich. Ich habe schon so oft geschaut, Leute. Immer so bei einem Kampflock gegen welche oder wie viele Trophäen meine Gegner hatten, die eine Shelly gespielt haben. Meistens sind das dann so Leute, die haben so 5000 Trophäen und haben eine Shelly auf 700 Trophäen. Was halt so absolut komisch ist, Alter. So wirklich. Da denke ich mir nur so, danke Supercell, dass ihr dieses Scheiße gemacht habt, dass man ohne Probleme bis 700 Trophäen weiterpushen kann. Ohne, dass es wirklich extrem schwierig wird, dass man richtig viel Skill braucht. Weil ihr kennt das selbst. Oder ihr wisst doch, was ich meine. Warte, ihr macht jetzt die Ulti, oder? Nein. Guck mal, wieso werde ich gerade so krank gesandwiched? Digger, wie viele Brawler von allen Seiten. Ich pushe jetzt die Shelly. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich habe nicht meine Ulti. Jetzt habe ich sie. Jetzt kann ich auf jeden Fall keine Shelly holen. Warte, ich könnte den Boa holen. Aber ich warte noch. Ich warte noch. Ich kann die natürlich auch benutzen. Ich lasse hier den mit der neuen Starport zusammen. Wenn es ganz knapp wird und kritisch wird, dann kann ich das benutzen als Heilung für mich. Deswegen, überkrass. Jetzt zum Beispiel. Ich muss weg. Der trifft mich einfach ganz alt. Wieso schießen denn weiter alle? Was? Was geht dir ab, Mann? Guck dir das an. Wieso teamen die alle? Oh, gib mir jetzt die Ulti. Komm, hier, gib mir die Ulti. Also immer ist der Irrn ist der Boa tot und ich bin jetzt auch gut. So. Siebter Platz. Digger, ich raste aus, Freunde. Okay, ey. Reicht. Die Runden laufen gerade gar nicht nice. What the fuck? Was geht hier ab? Wir lassen alles drin. Ich würde auf jeden Fall sagen, kommt jetzt sofort in meinen Club rein. Broil Broil Y, hier seht ihr das Club-Kürzel. Und ja, meldet alle auf jeden Fall auch Maxi. Hier seht ihr seinen Account-Kürzel oben links unter seinem Profilbild. Einfach kurz eingeben und melden. Ihr wisst Bescheid, Leute. Dafür, dass es was einfach Ehrenloses abgezogen hat, Digger. Dafür hat er eine Strafe verdient. Und ich würde sagen, Leute, das war es mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, gebt auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Wirklich. Schafft mir auf diesem Video 4.000 Likes. Würde mich echt freuen. Abonniert auf jeden Fall meinen Kanal. Ich mache tägliche Broil Sist-Videos. Und ich würde sagen, wir sehen uns morgen bei einem neuen Video. Checkt auf jeden Fall auch die letzten Videos ab. Sind auch mega nice geworden. Und ich würde sagen, macht's gut, meine Bros. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss. Tschüss.